Ihr schaut der Nettel TV, wir sind hier gerade vor dem Apple Store fast. Wir sind ungefähr bei Platz 400 und hier ein paar Passanten, da haben wir eingewilligt, dass sie ein paar Fragen beantworten. Was denkt ihr, kommt ihr noch heute Abend vor 8 Uhr dran mit dem Apple? Wie viele werdet ihr kaufen oder plant ihr zu kaufen? Auch? Standard, UMTS, welche Größe ungefähr, Farbe? 32, und der ist schon schwarz. Okay, 32, und der ist schwarz und? 64 ohne 3G, aber weiß. Okay, ich glaube, die werden beide noch vorhanden sein. Ich bin auf Platz 9, aber ich werde mir auch vielleicht eins holen. Ich berichte lieber. Oder zwei, schauen wir mal. Aber kannst du mich? Ja, nein. Ich werde es immer nicht zerstören, das sage ich euch schon mal. Gibt es schon genug Videos im Internet? Ja, danke schön, und ich berichte mal weiter hier vom Apple Store und in zwei Stunden geht's los.